In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen steht nach Ausrufen, Befehlen oder auch Bitten. Lass das! Komm endlich her! Bitte rufen Sie ihn! Nein, so nicht! Ausrufezeichen können auch in Kombination mit einem Fragezeichen stehen. Das ist der Fall, wenn die Fragesätze auch als Ausrufesätze zu verstehen sind. Es steht erst das Fragezeichen, dann folgt das Ausrufezeichen. Wer ist das denn? Wie darf ich das verstehen? Das ist nicht wahr, oder doch? Also erst Fragezeichen, dann Ausrufezeichen.